Hallo ich bin Nadja und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe von Soundburger TV. Heute habe ich auch schon jemand ganz tollen hier. Ihr kennt ihn sicher noch alle. Er wird mir gleich a cappella seinen Hit von 2001 singen und euch natürlich auch. Dann werdet ihr sofort wissen wer es ist. Dante Thomas aus Amerika und ich würde sagen hallo Dante erstmal. How are you doing? I'm fine thank you. Welcome to Munich. Thank you for having me. Thank you. I would say that you sing your Miss California song so everybody knows who is sitting next to me. You take your mic. He drives a marinello. Hollywood's a favorite scene and she loves to be surrounded with superstars that know her name. Why? She's Miss California. Cool. Yes thank you. Cool. Jetzt wisst ihr genau über wen wir hier sprechen. Dante Thomas und er hat auch eine neue Single rausgebracht und über die werden wir jetzt sprechen. Auch über das neue Album und über alles was jetzt in der nächsten Zeit kommt. I actually started this album about two, two and a half years ago and you know that's one of the reasons why it has taken me so long to come out because I've been developing myself as an artist. The album comes out in early to mid September and it's got 13 songs on it. The name of the album is called Camouflage. Er sagt, dass er zweieinhalb Jahre für dieses Album gebraucht hat. Das kommt dann im September raus. Jetzt meines Wissens nach kommt auch die Single noch raus, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Das ist am 20. Juli kommt die raus. Da könnt ihr gleich die Läden stürmen. Wie funktioniert das in den USA, wie in Deutschland? Warum nicht? Ich denke, es war ein paar Dinge, die ich mit dem Rekordlabel hatte, die ich mit dem Rekordlabel hatte, Time Warner Elektra. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es mir eine Chance gibt, um ein Album zu singen. Aber sie hatten verschiedene Ideen über welchen Artikel ich wollte und welchen Artikel ich bin. Und ich denke, das war letztendlich der Grund, oder der Grund der Grund, warum es nicht in Amerika ausgelöst hat, wie es in Europa war. Und es gab auch andere Dinge, die ich denke. Ich kann mich nicht auf eine Person schämen. Jeder hatte ihren Teil daran, warum es nicht war. Aber was kannst du tun? Ich liebe Europa, ich liebe Deutschland. Es ist also nicht eine schlechte Sache. Oh, gut. Also ich habe ihn gefragt, wie es denn dazu gekommen ist, dass die Single hier in Deutschland so gut rausgekommen ist und so famous geworden ist und nicht in Amerika. Weil er hat ja am Anfang bei Nur Die Liebe zählt. Das ist richtig, oder? Hat er einen Song bekommen und hat ihn dort gesungen und das ist einfach ein Hit geworden. Wie kam ihr zu Nur Die Liebe zählt? War ihr in Liebe? Es gab eine real Miss California. Sie war in dem Video. Ich werde nicht sagen, wie es war. Aber es war eine real Miss California. Und es war cool. Ich hatte eine gute Zeit. Aber es war nicht wirklich was die Leute denken, was. Es war nicht so, wie ich in der Realität war. Es war nicht so, wie ich wirklich mit der Frau verabschiede mich. Sie hat mich einfach daran erinnert. Die Person in der Song. Und es war einfach so lustig. Aber es ist... Ich meine... Ich meine... Some things you gotta keep secret, right? Every once in a while. Okay, er hat gesagt, dass er auf dieses Lied gekommen ist, Miss California. Weil er selber so ein bisschen verliebt gewesen ist. Und er möchte aber nicht wirklich sagen, wie es war. Ja, gut. Das war Miss California. Now your new album and your new single are coming out. So, tell me. Tell me, how did it work out? With whom did you work out? And stuff like that. Okay. Um, well, you know, there's been some really great producers and writers that I've worked with on this album. Akon has written, you know, a song on this album. We got Neil, who has written a song on the album. And we have a bunch of other great writers, you know, producers. And it's just been an amazing experience. The most, I think, the hardest thing to do as well as the funnest thing to do has been to just dive into myself as an artist. Find out what it is I really wanted to share with people about me. and, you know, things I want to share with the world. Because I'm very conscious of the world and, you know, the things that are going on. And I don't consider myself a typical recording artist that just wants to go make money and make club records forever. I mean, I definitely want to make a change in the world for positive, for peace, you know. And so I try to always remember those things when I'm, you know, dealing with fans or dealing with friends or dealing with my business, you know. Always try to incorporate those things into my music. Also, er hat gesagt, dass es ihm sehr wichtig ist, dass er was für die Welt auch tut. Also, nicht nur Platten rausbringen und viel Geld verdienen ist für ihn wichtig. Dass auch Frieden für ihn sehr wichtig ist. Gut, let's talk about your next time in Germany. You will stay here for two months, right? What is on your plans? I plan on doing many radio shows, many TV shows, touring. You know, doing a lot of shows, that's one thing that I have not been able to do with a lot of my fans in Germany or for my fans in Germany, I guess I could say, which is to be able to be here and really put on some good shows. But this time I'm going to be here. Like, you know how they say, you know, maybe it was like a one hit wonder thing. Well, baby, things have changed. So, things have changed, baby. It's a whole new year and a real new Dante. You just said things have changed. Do you think that the Germans will still remember Dante Thomas? Well, I hope so. You know, I mean, the most important thing is, is simply this. If you make good music for people, I think that that is the most important thing, that defines whether they will listen or not. You know what I'm saying? You know, you could judge for yourself. When you hear the album, you'll either say you love it or you don't love it. But I think they will love it. Well, I'm definitely going to throw more parties out here, y'all. You know what I'm saying? We got some parties that are going to be going on in Germany after the shows. It's going to be crazy. You know what I'm saying? Promise? Absolutely promise. You do that in Germany. Let me see. Yes. Pinky promise. Pinky promise. Pinky promise. Also, er hat uns versprochen, dass er mehr parties nach seinen Konzerten machen wird. Und ja, ich denke, da werden wir drauf zurückkommen. One more question, Dante. Yes. Love life. Yes. Oh, 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 oh. Looks bad. Are you in love or aren't you in love? Oh, we all fall in and out of love, people. What can you do? You know what I'm saying? I mean, I was seeing a girl in Salt Lake actually last October for a little while and it kind of just fizzed out. It's hard to have a relationship with a girl for a long time in my line of work because, you know, women, they need that attention. And when you're not there, sometimes they have a tendency to wander. You know what I'm saying? And also, I don't think it would be fair to maybe be in a relationship with someone right now and then I can't give them all that they need, you know, or all that I may need. But I mean, of course, I mean, one day I do hope to fall in love and I have been in love. And, you know, do the whole thing all the way to the very end. Also, Mädels, er ist noch nicht besetzt. Also, ihr habt alle noch Chancen, strengt euch an. Aber im Moment ist es ein bisschen ungünstig, sagt er, weil er hat ja nun doch einiges zu tun und muss von Stadt zu Stadt reisen. Und das ist dann doch ein bisschen schwierig, sich auf eine Frau zu konzentrieren, ja. Man sieht schon, er hat ja auch schon einige dabei. Also, aber ihr könnt euer Glück einfach mal probieren, würde ich sagen. Wenn ihr zum Beispiel Live-Acts habt oder Bands oder singt oder sonst irgendwas macht, dann geht einfach mal auf soundburger.unddu.de. Da findet ihr alle Informationen über unser Portal und wen wir demnächst wieder einladen werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, auch wieder hier vorbeischaut. Jetzt gibt's gleich A Cappella, Dante Thomas mit seinem neuesten Stück. Und, nicht zu vergessen, ihr könnt bei uns natürlich auch gewinnen. Und zwar CDs handsigniert von Dante. Und ich denke, das ist schon eine richtig gute Sache. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis bald. Hey, wassup, this is to everybody out here, this is Dante Thomas. Now they want what I got, look at the fellas be checking out what I got. They be looking their lips to taste what I got. Even I be saying damn girl you're so hot, damn. Now they want what I got, look at the fellas be checking out what I got. You ain't gotta tell me cause I know what I got. So hot you can't top what I got. Thank you. A Cip. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye dude.